Endlich und schließlich sind wir im Büro des Bürgermeisters angekommen, um... Tja, wir müssen natürlich goal... Das heißt, wir sollten beim Bürgermeister vorsp... Es gab eine Warteschlange und... Ach man, es ist ja aber auch schwierig, da den Überblick zu behalten. Deswegen haben wir extra für die Complete Journey Edition von Deponia ein tolles, super duper Hilfesystem eingerichtet. Es ist aber kein Hilfesystem, nein, wir nennen es ein Questlog. Und damit ich nicht immer wieder Hilfesystem sage, sondern den richtigen Terminus benutze, habe ich mir diesen kleinen Merk-Reim aufgeschrieben, der jetzt im Kopf wie so ein kleiner Jingle immer bei mir klingelt und jingelt. Und was Jingle sonst so machen, um den so richtig mir einzuprügeln, damit ich nie wieder Hilfesystem oder Lösungshilfe oder irgend sowas sage, unterstützen mich hier der Gunnar, unser Lead-Animator und der John, mein Assistent, bei folgendem Musiksong. Ich stecke in der Scheiße bis über meine Ohren, ich habe glücklicherweise den Überblick verloren. Ich hatte doch so viele hochgesteckte Ambitionen, klar definierte Ziele, die ja per Definition viel Zeit erfordern. Dann fragte ich nur, ey, bin ich noch auf Schwur? Wenn ja, wie kommt's dann, dass ich noch in diesem Drecks des Festfrog komm mich aus dem Tritt? Ey, was sind die nächsten Schritte? Ich glaub, ich brauch ein... Questlog. Questlog ist ein schönes Ding. Questlog wird die Lösung bringen. Questlog kommt auf Engelschwing. Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Wie bin ich nur so von meiner Route abgekommen? Hab ich irgendwo die falsche Abzweigung genommen? Dreh ich mich im Kreis, bin ich noch immer auf der Bahn? Wie passt dieser ganze Klein-Scheiz in den Masterplan? Oder bin ich noch an Ruth und alles wird bald gut? Wenn ja, wie kommt's dann, dass ich mich an jedem Hackback festboxen? Vor To Do seh ich das Licht am Tunnelende nicht. Ich glaub, ich brauch ein... Questlog ist ein schönes Ding. Questlog wird die Lösung bringen. Questlog kommt auf Engelschwing. Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Questlog ist ein schönes Ding. Questlog wird die Lösung bringen. Questlog kommt auf Engelschwing. Ich glaub, ich brauch ein Questlog. Questlog! Jihau!